Guten Morgen meine Damen und Herren hier aus dem Handelssaal der Börse in Stuttgart. Der DAX startet heute etwas vorsichtig. Das war eine kleine Überraschung. Die Vorgabenseite sah relativ positiv aus, aber zunächst einmal haben wir uns in Richtung 10.900 Punkte orientiert, um dann doch wieder leicht ins Plus zu drehen. Momentan pendelt der Deutsche Light Index um den Schlusskurs vom Montag. Ganz wichtiges Thema heute. Viele, viele Bilanzen aus sämtlichen DAX-Riegen, die hier gezogen werden. Und die Anleger gucken auch heute Nachmittag auf den Auftragseingang der amerikanischen Industrie. Sie erhoffen sich da wieder Informationen und Hinweise darauf, wann die US-Notenbank FED ihre angekündigte Zinswende einleitet. Ja, jetzt kommen also viele Zahlen auf Sie zu. Schauen wir mal kurz ins Ausland. Da haben wir die UBS, die größte Schweizer Bank. Die verdreifacht mal so eben ihren Gewinn. Das ist im dritten Quartal der höchste Gewinn seit etwa 2013. Analysten hatten mit 1,75 Milliarden gerechnet und die UBS kommt hier mit 2,1 Milliarden Schweizer Franken. Allerdings nimmt man doch die Ziele für die Eigenkapitalrendite etwas zurück. Das liegt am schwachen Zinsumfeld. Aus deutscher Sicht eine besonders gute Überraschung. BMW überraschte mit einem deutlichen Gewinnanstieg. Im dritten Quartal hat man überraschend viel Gewinn eingefahren. Das EBT klettert um unglaubliche 13 Prozent nochmal auf 2,2 Milliarden. Treibend war der Absatzrekord. Auch im dritten Quartal hatten wir hier wieder Rekordzahlen eingefahren und ein besseres Finanzergebnis. Für das Gesamtjahr hat BMW die Prognose bestätigt. Und das heißt im Klartext Ergebnis und Absatz sollen knapp 10 Prozent wachsen. Ein DAX-Neumitglied hat heute ebenfalls Bilanz gezogen. Vonovia, die Übernahme des Konkurrenten Gagfa, das war im März gewesen, zahlt sich jetzt dann doch aus. Und man ist so voller Kraft und Schaffenskraft, dass man sagt, in diesem Jahr haben wir ein operatives Ergebnis von etwa 600 Millionen. Erhöht also die Prognose. 30 Millionen mehr als bislang erwartet. Ja, und die Aktionäre bekommen für dieses Jahr 2015 eine Dividende von 94 Cent. Und Vonovia ist ja auch noch dabei, hier das Thema deutsche Wohnen zu stemmen. Die Übernahme der deutschen Wohnen, das ist ja die nächste Baustelle, an der gearbeitet wird. Dürr hebt die Prognose an. Dank guter Geschäfte des Automobilzulieferers in China traut man sich jetzt hier mehr zu. 200 Millionen mehr Umsatz, 3,7 Milliarden. Pfeiffer verbucht einen Gewinnsprung, um noch mal kurz ein paar Zahlen hier zu bringen. Der Spezialpumpenhersteller hat schon nach neun Monaten mehr verdient als im Gesamtjahr zuvor. Ein bisschen Schatten habe ich auch noch für Sie jetzt zum Schluss meiner Schalte. Klöckner und Co. enttäuschen. Ein Gewinneinbruch hier im dritten Quartal. Deswegen nimmt man auch die Jahresprognose zurück. Viele Zahlen aus der ersten, zweiten und dritten Börsenreihe. Und der DAX, der so ein bisschen um den Schlusskurs von gestern pendelt.